Mein Einstieg in die Engelwelt war eine persönliche Krise, die mir die Möglichkeit eröffnet hat, das Leben einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten als vorher und für mich haben sich da einfach ganz neue Welten und Dimensionen aufgetan. Da bin ich durch eine schwere berufliche Krise gegangen und da sagte eine Freundin zu mir, red doch mal mit Engeln und dann dachte ich mir, ja das fehlt mir noch, blond bin ich schon, das ist das Letzte, was ich brauche. Die Frage ist erstens, gibt es überhaupt so etwas wie Engel? Und zweitens, ja, wie können wir die wahrnehmen und wie wirken diese Wesen? Die ersten Bilder waren nur düster, weil ich mit dem, wie die Menschen mit der Erde umgegangen sind, miteinander umgegangen sind, mit der Natur nicht klarkam. Vor zehn Jahren bekam ich die Diagnose Leukämie im letzten Stadium und ich hatte noch so drei Tage bis drei Wochen zu leben. Meine erste Erfahrung, die ich immer gesagt habe, war, das momentan ich meine Augen öffnete. Auch die Engel kenne die Menschen, die Menschen zu helfen, um Hilfe zu helfen. Die Engel nutzen die Menschen, um andere Menschen zu helfen, also es ist nicht immer in angelischen Form. Die Kraft der Engel zu nutzen ist für einen Menschen ganz einfach. Die Menschen wollen es, dass es mehr schwierig sein wird, das ist, warum man es nicht tun kann, aber wenn man es tun kann, wunderschöne Dinge passieren. Und ich habe plötzlich diese Erfahrung mit meinem Guardian Angel gehabt, wo ich ein Geräusch von Rösen und eine liebliche Presence fühlte. Und so war ich immer sehr interessiert, was ist das, 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 was ist das. Wir können uns mit unserer Seele und mit unserem Geist, mit diesen Wesen durchaus verbinden und Kontakt aufnehmen. Und dann können diese Wesen uns Informationen geben, die wir aufnehmen können und weiterleiten können. Wenn ich jetzt ein persönliches Symbol oder ein Engelsymbol zeichnen soll, dann sitze ich vor einem weißen Blatt Papier, ich verbinde mich mit den Engeln und dann sehe ich dieses Symbol wie mit einem Laserstrahl am Papier erscheinen und ich male das Symbol einfach nach. Ich denke, wenn wir Kinder sind, haben wir diese Verbindung automatisch und natürlich. Das, was wir hier ja auf der Welt wahrnehmen, unseren Sinnesorganen, das ist ja sowieso nur eine Illusion. Wir sehen 5% sichtbares Licht und von uns 5% sichtbaren Licht ist ein Milderzeltteil Masse und der Rest ist Vakuum. Was ist denn da wirklich überhaupt vorhanden? Und mein Verhältnis mit den Engeln ist so, dass ich weiß, dass das dann auch so ist, weil es mir meine Erfahrung zeigt. Es zeigt mir nicht mein Glaube, sondern ich habe das immer wieder ausprobiert und immer wieder festgestellt, dass genau das passiert. Und dann sagten sie, wenn du den Vertrag eingehst, ein Buch zu schreiben über deine Geschichte, dann werden wir ein Wunder an dir vollbringen. Und daraufhin meinte er nur, dass es Schulmedizin in Stoffel keine Erklärung gibt. Dass wir als Mediziner, je mehr wir wissen, immer bescheidener werden und wissen und erkennen, dass wir wenig wissen oder fast gar nichts wissen. Es geht eigentlich mehr darum, dass wir glücklich und freudig sind und in diesem Augenblick sind wir in einer hohen Frequenz und die Frequenz geht immer noch höher. Das heißt eigentlich, wenn man in diesen Kontakt gehen will, ist sozusagen das praktische Mittel, dass wir wirklich uns jeden Tag fragen sollten, was können wir tun, um glücklich zu sein und uns selbst zu unterstützen. Und das ist nicht Egoismus, sondern das ist, was die Engel wirklich von uns wollen. The most important thing for us is to be connected to the heart, grounded to the earth, connected to the universe and starting to see their own value within yourself. You are a divine power within you. And to start to have that honest communication with your heart. And from that perspective, you can include the angels into your life and then it starts to be magic. They're not up there. They're not far away from us. They're here and they really want to communicate with us. Ein Sprichwort sagt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir zu wissen glauben. Und dazu gehören wohl unter anderem auch die Engel. Und dazu gehören wohl unter underem auch die Butter von uns zur dir. Aber es ist gleich